Herzlich Willkommen in Suzuka. Die Formel 1 ist zurück im Land der aufgehenden Sonne. Was erwartet uns nach dem Team-Order-Drama von Sochi? Hier sind unsere fünf Brennpunkte vor dem großen Preis von Japan. Hat Vettel die WM aufgegeben? 50 Punkte Rückstand. Sebastian Vettel steht vor einer Mammutaufgabe. Glaubt er noch an den WM-Titel? Ja, 50 Punkte Rückstand bei noch 125 zu vergeben und trotzdem war Sebastian Vettel auf dem Podium in Sochi irgendwie der entspannteste der drei Protagonisten. Hamilton und Bottas, die hatten so gar nichts zu lachen. Vettel, der schien relativ entspannt, fast schon erleichtert, als ob da irgendwo eine Last abgefallen wäre. War es vielleicht einfach nur die Erkenntnis, dass er an dem Tag nichts ausrichten konnte gegen Mercedes und deswegen sich im Reinen war oder war es vielleicht doch schon innerlich einfach die Resignation, dass er jetzt erkannt hat, okay, die Nummer ist durch, der Zug ist abgefahren. Es ist schwierig zu sagen, bei Sebastian Vettel, dass er jetzt schon aufgibt bei noch fünf aufstehenden Rennen, kann man sich fast nicht vorstellen. Sebastian Vettel, keiner weiß das besser als er, wie man so eine Weltmeisterschaft drehen kann. 2012 hat er einen enormen Punkte Rückstand aufgeholt auf Fernando Alonso, 2010 hat er erst im letzten Rennen den Titel fixiert. Auch dieses Jahr ist noch alles drin, aber natürlich die letzten drei Rennwochenenden waren für ihn drei Schläge in die Magengrube. Und da wieder aufzustehen, das wird in Suzuka nicht einfach. Ist Bottas gebrochen? Erst hatte er Pech, dann kam auch noch Stallregie dazu. Valtteri Bottas ist die tragische Figur dieser Saison. Hat er die Kraft, in Suzuka zurückzuschlagen? Auch nicht einfach wird es für Valtteri Bottas in Suzuka wieder vom Boden aufzustehen. Der arme Finne, an dem wurde dieses Jahr ganz schön rumgebogen. Die Frage, ob er jetzt schon gebrochen ist, schwierig zu sagen. In der ersten Saisonhälfte gab es ein, zwei Rennen, vor allem Baku und China, wo er locker schon mal diesen Saisonsieg, dem er ja so verbissen hinterherläuft, den er ja unbedingt haben will. Ich meine, als Mercedes-Fahrer, wenn der Teamkollege um die WM fährt, eine Saison ohne Sieg abzuschließen, das wäre schon wirklich bitter. Den hätte er schon längst im Sack haben können, diesen einen Sieg. Jetzt war Russland wieder auf dem Weg dahin, da durfte er nicht gewinnen. Das ist natürlich besonders demoralisierend für einen Fahrer in seiner Situation. Dass er sich aufrappeln kann, er hatte ja nach der Sommerpause schon mal einen ziemlichen Durchhänger, ist er jetzt in Russland wieder sehr stark gefahren. Und ja, dass er daran anknüpfen kann, da kann man schon dran glauben, dass das geht. Es kann aber auch sein, dass er jetzt, wo er gesehen hat, selbst wenn ich schnell genug bin und gewinnen kann und es dann nicht darf, dass er dann irgendwo auch nicht mal seine 100% abrufen kann, weil er vielleicht einfach irgendwo desillusioniert ist, dass selbst wenn er vorne fährt, er nicht gewinnen darf. Also das ist bei Bottas wirklich, ja wirklich schwierig zu beurteilen. Es bleibt abzuwarten. Mercedes wird ihn da vorne unter Umständen auch nochmal brauchen, auch wenn es dann für ihn wieder blöd aussehen würde, wenn er führt und nochmal den Sieg her schenken muss. Aber sowohl für ihn als auch fürs Team wäre es das Beste, wenn er so wie in Sochi einfach weitermacht. Mit Mut zur Überraschung? Suzuka gilt als die Mutstrecke schlechthin. Eine Chance für Alonso, Verstappen und Co. Welcher Top-Fahrer könnte in Japan glänzen? Ja, Suzuka neben Spa-Francorchamps wahrscheinlich die einzige übrig gebliebene altgediente Fahrerstrecke im Formel 1 Kalender. Aber inwiefern der Pilot da noch einen Unterschied machen kann in der aktuellen Formel 1 oder auch schon seit einigen Jahren, wenn man ehrlich ist, das hält sich schon sehr an Grenzen. Klar Piloten wie Verstappen, Alonso oder auch Leclerc, der jetzt als neues Supertalent so im Aufwind ist in Sochi, das beste Rennen seiner bisherigen Karriere gefahren hat. Da glaubt man schon daran, dass die auf so einer Strecke den Unterschied machen können. Allerdings sind auch ihre Möglichkeiten durch das Fahrzeug, durch das Material limitiert. Bei den Verstappen, Red Bull ist ja schon ein bisschen näher dran an Mercedes und Ferrari als zum Beispiel McLaren an den anderen schnellen Mittelfeldteams. Das heißt, ein Verstappen, der kann da sicherlich schon einen Unterschied machen, dass er vielleicht die schwächeren Fahrer von Mercedes und Ferrari hinter sich lässt. Bei Alonso muss man sagen, der McLaren hat ihm mehr oder weniger fast alle Zähne gezogen, egal wie gut Alonso ist, egal was er versucht. Ja, ich sag mal so, die Gesetze der Physik oder der Technik außer Kraft setzen kann er auch nicht. Also für einen Alonso wird es mit dem McLaren auch so schwer, an Piloten wie Magnussen oder Gaujon im Haas ranzukommen oder an die Force Indias, die jetzt so stark sind in der zweiten Saisonhälfte. Bei der McLaren wiederum ist es so, der Alfa Romeo Sauber, der hat gute Fortschritte gemacht dieses Jahr, Leclerc noch bessere Fortschritte gemacht und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass am Mittelfeld wieder die erste Geige spielt hinter den drei Top-Teams. Punkte mit Suzuka Special? Der Russland Grand Prix war ein Reinfall für Toro Rosso. Jetzt folgt das Heimrennen von Motorenpartner Honda. Bringt das Suzuka Special eine Entschädigung für Sochi? Ja, auch eine Geige hinter den Top-Teams möchte Toro Rosso wieder spielen. Jetzt in Sochi zuletzt Engine-Penalties hingenommen, die auch nicht so richtig gefruchtet haben, dann beide Autos rausgeflogen direkt am Start. Aber jetzt in Suzuka natürlich ein ganz besonderes Rennen für Toro Rosso dieses Jahr, nämlich mit Honda Power am Heck quasi das zweite Heimrennen oder das dritte, wenn man ehrlich ist, so nach Monza und auch Österreich, so Japan als dritte Heimrennen für das Team. Ja, und da möchte man natürlich performen. Die letzten drei Jahre hat Honda nicht zu lachen gehabt mit McLaren beim Heimrennen und die Japaner, wie wir alle wissen, sowohl nicht nur die Honda-Mitarbeiter, auch die Fans, alle sehr enthusiastisch, stehen alle sehr hinter ihrem Nationalstolz. Ich meine, Honda in der Formel 1 ist schon keine kleine Hausnummer. In den letzten Jahren war es halt wirklich ein Trauerspiel und dieses Jahr hat man doch deutlich bessere Chancen. Das Auto kann performen. Pierre Gasly ist ein richtig starker Fahrer, der dahinter auf Steuer sitzt. Brandon Hartley, bei dem wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, dass der irgendwo das Auto in Szene setzen kann. Aber Pierre Gasly, da glaube ich schon, dass der es schaffen kann, die Japaner jubeln zu lassen mit einem Q3 und vielleicht auch punkten. Regenchaos in Suzuka? Ein schwerer Taifun traf Japan. Auch am Rennwochenende könnte es regnen. Gibt es wieder einmal Regenchaos in Suzuka? Ja, Suzuka, das ist nicht nur eine wilde Achterbahnfahrt für die Piloten, sondern auch für die Meteorologen, wenn man so will. Denn Suzuka ist nicht nur weltberühmt oder hat diesen Legendenstatus in der Formel 1, weil die Strecke so spektakulär ist, sondern auch, weil es da immer spektakuläre Rennen gibt. Und da spielt auch oft das Wetter mit rein. Zuletzt natürlich vor vier Jahren, 2014, ein besonders tragisches Wochenende mit dem tödlichen Unfall von Gilles Bianchi. Aber es gab auch schon andere richtig geile Regenrennen in Suzuka wie 1994, als Damon Hill über Michael Schumacher triumphierte in einem besonders spektakulären Zeitduell, wenn man so will. Nach dem abgebrochenen Rennen ging es dann nämlich um die Gesamtzeit und nicht mehr um das Duell auf der Strecke. Also ein ganz besonderes Rennen. Und ja, auch dieses Jahr könnte es wieder ein besonderes Rennen in Suzuka ins Haus stehen. Nämlich es sind 40 bis 80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit, fair gesagt, von Donnerstag bis Sonntag. Also dass die Formel 1 da ohne Nass von oben davon kommt, da würde schon, glaube ich, ganz viel Glück dazugehören. Also können wir uns schon darauf einstellen, dass die Full Wets und die Regenschirme in Suzuka gebraucht werden. Hey, aufgepasst! Hast du schon die neue Motorsport App? Jetzt im App Store nach Motorsport Magazin suchen und App kostenlos runterladen. Alle News, alle Ergebnisse, exklusive Videos. Hol dir die kostenlose motorsportmagazin.com App auf www.motorsport-app.com Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com